Die Naturheilkräute, das große Angebot, ein Geschenk der Natur an uns Menschen. Zum Nutzen in der Hilfe zur Selbsthilfe. Es lohnt sich auch für uns in der Hilfe zur Selbsthilfe, im Gesundheitswesen die Geschenke der Natur in unseren Alltag mit einzubeziehen. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe, die auch mit einem starken Immunsystem uns durch die Corona-Krise mit Artemisia Anua ein helfender Begleiter ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020